Hallo! Wie schön, dass du vorbeikommst. Ich hab so großen Hunger. Kannst du mir vielleicht ein paar Kekse backen? Hier ist ein Rezept aus dem großen Monster-Backbuch. Aber nur für Monster geeignet. Pass auf, hier stehen alle Zutaten, die in den Teig gehören. Hast du dir alles gemerkt? Dann drück auf den Bildschirm, um das Buch zu schließen. Und jetzt schnell in die Küche. Finde die richtigen Zutaten und lass sie in die Schüssel fallen. Wenn du auf das Monster-Kochbuch tippst, kannst du dir das Rezept nochmal angucken. Genau! Das gehört da rein. Richtig! Das muss in die Schüssel. Ja! Das gehört da rein. Du hast alle Zutaten gefunden. Du musst alle Zutaten richtig gut vermischen. Beweg den Schneebesen so lange hin und her, bis der Teig fertig ist. Das machst du gut. Weiter! Weiter! Noch ein bisschen mehr. Mach schnell, ich hab so'n Hunger. Weiter! Alles gut vermischt. Jetzt musst du den Keksteig ausrollen. Beweg das Nudelholz so lange hoch und runter, bis der Teig ganz ausgerollt ist. Weiter! Weiter! Das machst du gut. Mach schnell, ich hab so'n Hunger. Noch ein bisschen mehr. Weiter! Weiter! Gut ausgerollt! Jetzt musst du die Kekse noch ausstechen. Zeichne die Keksformen ohne abzusetzen nach. Richtig! Das war prima! Ich hab so'n Hunger! Ja! So geht das! Ja! Genau. Sehr gut gemacht. Alle Kekse ausgestochen. Ab damit in den Backofen. Fertig. Mein allerliebstes Lieblingsessen. Monster Kekse. Das war köstlich. Aber ich hab immer noch so großen Hunger. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Kekse backen? Pass auf! Hier stehen alle Zutaten, die in den Teig gehören. Hast du dir alles gemerkt? Dann drück auf den Bildschirm, um das Buch zu schließen. Und jetzt schnell in die Küche. Finde die richtigen Zutaten und lass sie in die Schüssel fallen. Wenn du auf das Monster Kochbuch tippst, kannst du dir das Rezept nochmal angucken. Richtig. Das gehört da rein. Ja! Das muss in die Schüssel. Genau. Das gehört da rein. Richtig. Das muss in die Schüssel. Du hast alle Zutaten gefunden. Du musst alle Zutaten richtig gut vermischen. Beweg den Schneebesen so lange hin und her, bis der Teig fertig ist. Noch ein bisschen mehr. Weiter. Weiter. Das machst du gut. Mach schnell dich auf... Alles gut vermischt. Jetzt musst du den Keksteig ausrollen. Bewegt das Nudelholz so lange hoch und runter, bis der Teig ganz ausgerollt ist. Mach schnell dich auf so einen Hunger. Das machst du gut. Noch ein bisschen mehr. Weiter. Weiter. Gut ausgerollt. Jetzt musst du die Kekse noch ausstechen. Zeichne die Keksformen ohne abzusetzen nach. Genau. Das war prima. Richtig. So geht das. Ja. Sehr gut gemacht. Alle Kekse ausgestochen. Ab damit in den Backofen. Dummdi 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 dumm. Dummdi 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 dumm. Dummdi 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 dumm. Fertig. Mein allerliebstes Lieblingsessen. Monsterkekse. Das war köstlich. Das war köstlich. Das war köstlich. den枚 L